Eine Spiegel-Reportage macht gerade auf YouTube die Welle. Der Anzeigenhauptmeister hat in einem Jahr 4000 Falschparker angezeigt. Er geht so vor, dass er mit seinem Smartphone die Leute, die nicht ganz korrekt am Wegesrand stehen, knipst und dann eben entsprechend meldet. 140.000 Euro hat er damit schon eingetrieben. Ich gucke mir das Verhalten des Anzeigenhauptmeisters mal ganz genau an. Ist das nicht ein Datenschutzverstoß, wenn man die Leute hier fotografiert? Ist das möglicherweise Amtsanmaßung, wenn er im Kitteluniform dadurch die Gegend marschiert? Und was ist insgesamt von diesem Anzeigenhauptmeister zu halten? Ist das Denunzieren in dieser Form eigentlich erlaubt? Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und ich danke euch, dass ihr uns so fleißig abonniert. Eine Million Abonnenten haben den Weg zu uns gefunden. Dazu herzlichen Dank. Und heute starte ich mal mit einer persönlichen Frage. Was sind so eure Hobbys? Ja, vielleicht Lesen, Reiten, Laufen, Schwimmen, was auch immer. Die klassischen Hobbys oder vielleicht ein paar außergewöhnliche Hobbys. Klingonisch lernen oder Extrembügeln. Ihr fragt euch, was ist Extrembügeln? Naja, da geht es um Bügeln bei anspruchsvollen Bedingungen an extremen Orten, auf einem Berggipfel, unter Wasser oder was auch immer. Naja, und in diesem Video reagieren wir auf ein solches außergewöhnliches Hobby, nämlich Falschparker-Anzeigen. Eine Spiegel-Reportage, die geht gerade so steil wie der Extrembügler auf dem Weg zum nächsten Gipfel. Es gibt den selbsternannten Anzeigenhauptmeister, ein 18-Jähriger, der sich zur Aufgabe gemacht hat, so viele Falschparker wie möglich anzuzeigen. Die Reportage, die sagt, 4000 Leute hat Niklas Matthei schon angezeigt. Keiner ist vor ihm sicher. Und ja, wir schauen einfach mal rein, damit ihr, falls ihr es noch nicht gesehen habt, kurz den Anzeigenhauptmeister überhaupt mal und seine Masche kennenlernt. Niklas Matthei ist 18 Jahre alt und hat ein bizarres Hobby, weil er leidenschaftlich... Das wird hier wichtig, Polizvi, also das wird noch wichtig, Niklas Mattheis Hobby. ...gerne Falschparker-Jagd, nennt er sich Anzeigenhauptmeister. Heute ist er im sachsen-anhaltischen Gräfen-Heinichen auf Streife. Da vorne haben wir einen ersten. Hat nicht lange gedauert, er hat schon einen. Und dann das Kamerateam dabei. Treffer. Vor Niklas ist kein Parksünder sicher. Es ist Samstag und in der gerade fußgängerlosen Fußgängerzone wird ein Fahrzeug als Hindernis ausgemacht. Also, ihr seht es hier, Hindernis. Ihr seht jetzt erstmal, wie das abläuft. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wir kommen gleich noch drauf, ob der jetzt hier falsch parkt oder nicht. Also ganz vorbildlich mit einem orangenen Anzug, einem Helm und mit dem Smartphone fotografiert er dann eben entsprechend die Falschparker. Und das läuft dann ganz exakt weiter so ab. Der Verstoß kostet 70 Euro. Mithilfe einer speziellen Falschparker-App bringt der Hilfssheriff das Delikt zur Anzeige. So, und dann vergebe ich noch ein Aktenzeichen. Das ist in dem Fall OAV 327-24. Ja, Farbe, Silber, Standort. Da wird es gleich wichtig. Also er fotografiert das Auto, nennt auch noch das Kennzeichen. Gucken wir uns gleich mal an, ob das wirklich legal ist. Automatisch erfasst und dann vergehen, wähle ich halt alles Fußgänger. Also er füllt das ganz genau aus. Und wir schauen mal, ob das wirklich so erlaubt sein kann. Autos fotografieren, hochladen und dann entsprechend melden. Was alles so im Verkehrsrecht erlaubt ist, ja, das könnt ihr natürlich bei uns erfahren. Falls ihr ein Problem habt mit dem Verkehrsrecht, entweder ihr habt ein Bußgeld kassiert, habt mal einen Unfall gebaut, dann meldet euch gerne bei uns. Wir haben Spezialisten, sprich Fachanwälte am Start und die helfen euch und prüfen euren Fall. Ihr müsst nur sagen, was der Fall war. Geschwindigkeitsverstoß, Rotlichtverstoß, Fahrerflucht, Handyverstoß, Alkohol, Drogen, anderer Tatvorwurf, also auch Straftaten, werden wir hier checken, sollte euch das vorgeworfen werden. Ihr seht unten in der Caption, was wir für euch tun können. Was der Anzeigenhauptmeister für euch tun kann, das habt ihr gesehen. Er kann euch vor allen Dingen anzeigen. Erstmal, es spricht nichts dagegen, dass eine Privatperson das Ordnungsamt anruft und dann eine, ja, Falschparker meldet. Und das Ganze auch über Apps, da habe ich schon in der Vergangenheit mal drüber berichtet, ist erst einmal grundsätzlich kein Problem, jemand anderen zu denunzieren. Denn was natürlich auch ist, was Niklas hier nicht macht, er schreibt keine Bußgeldbescheide. Also das wirkte vielleicht so, aber nein, er tippt ja nur Informationen in sein Handy und diese Informationen werden über die entsprechenden Apps ans Ordnungsamt weitergeleitet. Das ist sowas wie eine Beweisaufnahme. Und das Beordnungsamt selbst checkt dann, hey, können wir ein Bußgeld verhängen oder keins. Genauso kann man natürlich, wenn man Zeuge eines Diebstahls ist, auch einen Dieb, einen potenziellen Dieb anzeigen. All das macht Niklas hier entsprechend auch. Er muss auch nicht persönlich betroffen sein, also etwa, weil sein Einfahrt zugeparkt worden ist. Und ja, dann haben wir die Sache mit den Datenschutzbedenken. Da hättet man ja denken können, okay, ich knipse hier andere Autos, ist ja nicht ein Kennzeichen draufzusehen. Ja, da muss ich euch leider eine kleine Absage erteilen. Und ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, was ich unten verlinkt habe. Knallharturteil. Jeder darf jetzt Falschparker fotografieren und anzeigen. Das ist etwa ein Jahr her. Da hat das Verwaltungsgericht in Ansbach hier gesagt, ja, das ist DSGVO-konform. Man hat ein berechtigtes Interesse, Falschparker zu fotografieren. Das berechtigte Interesse ist es eben, wer das nachlesen will, schaut unten mal in die Caption rein. Da habe ich euch das nochmal ganz genau aufgeschreibt. Also wir kommen nicht damit weiter. Das, was ich ja erst mir dachte, okay, das ist doch ein DSGVO-Verstoß. Ich habe mich dann erinnert, Mann, da hast du doch noch vor einem Jahr ein Video dazu gemacht. Man darf das. Also diese ganzen Falschparker-Apps, die ihr euch im App Store runterladen könnt, die sind erstmal legal. Also im Datenschutzrecht kommen wir dem Anzeigenhauptmeister nicht bei. Also da alles in Ordnung. Haken dran kann er so machen. Grundsätzlich ist es also legal und vom Ordnungsamt wird das vermutlich gern gesehen. Die kriegen noch mehr Fälle gemeldet. Und ja, man muss wirklich sagen, da macht dem Anzeigenhauptmeister keiner etwas vor. Das wird wahrscheinlich nicht mal ein Ordnungsamt-Mitarbeiter schaffen, 4000 Falschparker pro Jahr rauszufischen. Ja, und kurz nachdem er die Anzeige versendet hat, hier kam dann sogar einmal ein Fahrer und hat das dann auch mitbekommen. Und hier sieht man das. Dieser Herr ist übrigens sein Nachbar. Doch Niklas kennt keine Gnade. Schließlich hat er ein ambitioniertes Projekt vor sich. Also mein Ziel ist halt, in jeder Stadt und jeder Gemeinde in ganz Deutschland mindestens einen Falschparker angezeigt zu haben. Also, nettes Hobby überall in Deutschland. Also selbst der Nachbar, keine Gnade, wird vom Anzeigenhauptmeister angezeigt. Könnte also sein, wenn er überall in Deutschland irgendwann tätig werden will, dass er auch bald hier in Köln ist. Also nehmt euch acht, liebe Kölner. Seid vorsichtig. Und am Fahrrad des Anzeigenhauptmeisters, das habe ich ja vorhin gesagt, findet ihr ein Schild, das durchaus für Verwirrung sorgen könnte. Und das schauen wir uns hier nochmal genauer an. Wir haben es vorhin ganz kurz gesehen. Bei Ihnen steht ja auch Polizei vorne dran. Ne, nicht ganz. Also da steht Polizphie. Also das, was eigentlich ein E normalerweise ist, das ist hier bei mir ein F. Das habe ich quasi ein eigenes Wort kreiert. Was halt somit, ja nicht mal verboten ist. Also verboten sind halt nur Hoheitszeichen. Also ich dürfte jetzt mal kein Bundeswappen, also so ein Bundesarter oder sowas. Oder Sterne auf dem Arm. Solche Hoheitszeichen dürfte ich halt nicht verwenden. Aber der Schriftzug an sich ist nicht verboten. Und schon gar nicht, wenn er halt abgeändert ist. Polizphie. Also ganz recht hat er nicht. Nur weil Polizphie da steht und das abgeändert ist, kann man jetzt nicht sagen, dass damit alles erlaubt ist. Nur wenn eine Verwechslungsgefahr besteht und die Leute wirklich denken, ja, das könnte ein Polizist sein, auf dem Fahrrad möglicherweise, der hier Falschparker fotografiert, dann könnte man an einen Straftatbestand der Amtsanmaßung denken. Und genau dazu kam es auch zu diesen rechtlichen Bedenken. Denn der Niklas hat hier auch einen Anwalt mal angezeigt, der falsch geparkt hat. Und der Anwalt sagte dann, naja, Polizphie, da denkt man, das ist doch Polizei, das ist Amtsanmaßung. Also er hat unter anderem diesen Anwalt erwischt, ja, und der Anwalt sagt eben, hey, das ist Amtsanmaßung. Das kann ja gleich die Polizei klären. Hier kann man nicht einfach fotografieren und das Ganze hochladen und einen dann denunzieren. Schauen wir mal rein, ob der Kollege hier recht hatte, ob das Amtsanmaßung ist. Denn Amtsanmaßung ist immerhin eine Straftat. Und dann hätten wir hier demjenigen, der Anzeigenhauptmeister ist, eine Straftat überführt. Und zwar hier in meinem Video. Wäre das nicht ein Kracher, dann könnten wir den Anzeigenhauptmeister selbst anzeigen. Gucken wir mal rein. Amtsanmaßung, da steht drin, wer unbefugt sich mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes befasst oder eine Handlung vornimmt, welche nur Kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das würde also bedeuten, der Anzeigenhauptmeister himself würde jetzt hier vielleicht ins Gefängnis kommen. Ist das Amtsanmaßung? Naja, wenn wir uns den Tatbestand hier genau anschauen, das ist ja kein Kavaliersdelikt, zwei Jahre Gefängnis, das muss man sicherlich so sagen, dann bedeutet das, man muss aktiv den Eindruck erwecken, als sei man Polizist und müsste Falschparker so möglicherweise auch einschüchtern. Das würde dann eine Amtsanmaßung darstellen. Ja, da muss aber die Frage, gibt sich der Niklas Matthei auch als Polizist auf? Und die Wahrheit ist ja, naja, er sagt ja im Video, nee, ich bin eine Privatperson, das hat er hier ja ganz deutlich gesagt, ich bin eine Privatperson, ich zeige halt die Leute an. Das liegt ja auch stets offen, also so muss ich sagen, ja, Amtsanmaßung ist das nicht. Das ist nicht so, dass er hier irgendwelche hoheitlichen Handlungen vornimmt. Er sagt jetzt auch nicht, zahlt mir hier ein Bußgeld. Er hat zwar schon viele Bußgelder eingetrieben, aber nicht für sich persönlich, sondern eben durch sein Melden. Und die Bußgelder verhängt dann eben auch die Bußgeldbehörde. Also er macht hier lediglich Fotos von Falschparkern und sendet sie ans Ordnungsamt. Und sein Fahrrad, ja, mit dem ausgedruckten Schild, wenn der mir gegenüberstehen würde, mit seinem gelben Anzug, muss ich ehrlicherweise sagen, ich würde nicht auf die Idee kommen, das ist jetzt ein echter Polizist. Er hat ja keine Uniform und das ist eher so ein Müllmannanzug, dachte ich so. Nee, glaube ich jetzt nicht, dass ich da auf die Idee kommen würde. Das ist keine Amtsanmaßung, also kein 132, keine Straftat. Ihr müsst ihn dafür bitte jetzt hier nicht anzeigen. Also da kommen wir ihm auch nicht weiter. Ist doch komisch, dass dem hier wirklich nur so schwer beizukommen ist. Aber wir haben natürlich noch weiter recherchiert. Gehen wir jetzt auch gleich drauf ein. Und falls ihr, liebe Leute, nicht ein Hobby habt wie Niklas und durch die Gegend streift und so vielleicht ein bisschen Geld verdienen wollt, denn da kommen wir gleich drauf, er verdient eventuell auch noch damit Geld, das zeige ich euch gleich, versucht ihr doch mal, ob ihr nicht vielleicht 1000 Euro anderweitig bekommt, indem ihr nämlich checkt, ob ihr vom Meta-Daten-Leck betroffen seid. Millionen Deutsche sind vom Meta-Daten-Leck betroffen. Facebook hat in unseren Augen nicht auf eure Daten aufgepasst, haben mittlerweile sehr viele Gerichte festgestellt, dass es einen Datenschutz, einen riesen Datenschutzverstoß bei Meta gab. Wir haben sehr viele Urteile dazu auch schon erstritten. und checkt es einfach aus, ob ihr betroffen seid. Dann versuchen wir 1000 Euro für euch geltend zu machen. Das könnt ihr ganz schnell in einer Sekunde hier machen. Das geht genauso schnell wie Niklas hier mit seiner App entsprechend die Falschparker meldet. Also ihr müsst hier nur, statt einen Falschparker zu melden, den QR-Code kurz abknipsen. In der Reportage wird noch erwähnt, dass Matthei eine Ausbildung im medizinischen Bereich macht. Ach, der sollte wohl besser beim Ordnungsamt anfangen, denke ich mir so. Da würde er sicherlich alle Rekorde brechen. Und er findet wirklich die wildesten Verstöße. Und das finde ich auch spannend. Er findet sogar Verstöße durch die Polizei selbst. Also er findet selbst, wie Polizisten hier einen Verstoß begehen. Also hier seht ihr ein Polizeiauto rechts stehen. Und Adlerauge sei wachsam. Er hat gesehen, dass das Kennzeichen verdreckt ist. Ja, tatsächlich ist das verdreckt. Hier sehe ich auch, dass es verdreckt ist. Und schaut man dann einfach mal in den Bußgeldkatalog rein. Autokennzeichen sind schlecht lesbar. Fünf Euro. Ja, Potzblitz, liebe Leute. Wer hätte das gesehen? Verdrecktes Kennzeichen, das bei der Polizei. Macht hier fünf Euro Bußgeld. Die wären fällig. Aber der Anzeigenhauptmeister ist so freundlich. Und ja, weiß die Polizisten einfach nur darauf hin. Wie nett ist das denn? Und falls sie mal auf der Wache Zeit haben, das Kennzeichen, wäre vielleicht gut, wenn sie es euch mal sauer machen. Also muss jetzt noch nicht, aber wenn es nicht... Das muss man ihm lassen. Also ein Anwalt ruft die Polizei, weil er den Anwalt vielleicht angezeigt hat, weil der Anwalt falsch geparkt hat. Die Polizei kommt und er sagt jetzt der Polizei, hey, liebe Polizisten, ihr faltet euch auch nicht korrekt. Denn euer Kennzeichen ist verdreckt. Wenn man weiter dreckt, sieht halt so nicht so schön aus. Wenn sie mal Zeit haben. Zeit zum Putzen haben die Beamten ja, jetzt wo Matthei ihre Arbeit macht. Und man muss sagen, er hat recht. Fünf Euro, ja, geht nicht. Ist Bußgeldtatbestand. Polizei hat das verdreckte Kennzeichen. Am ersten Tag der Reportage hatte Matthei orangefarbene Kleidung. Da war er in seiner Heimat. Am zweiten Tag hat er dann hier diese gelbe Kleidung angehabt. Da war der Knöllchen-Experte in Buxtehude und hat da sein Unwesen getrieben. Schade, dass es nicht zum Auseinandetreffen mit Montana Black gekommen ist. Das hätte doch für gute Unterhaltung gesorgt. Wenn der Anzeigenhauptmeister Montes Lambo ins Visier genommen hätte, hätte ich jedenfalls sehr, sehr cool gefunden. Ja, vielleicht gefällt dem einen oder anderen von euch ja auch die Arbeit des Anzeigenhauptmeisters. Und ihr möchtet ihm künftig als Hauptmeisterassistent unter die Arme greifen. Ja, dann bin ich mal so nett und stelle eine Checkliste für euch auf. Was braucht man alles, um Anzeigenhauptmeisterassistent zu werden? Erstmal, ihr braucht die Falschparker-App. Da gibt es also viele, die kann man sich runterladen. Matthei wird euch da bestimmt sagen, was die Beste ist, um schnellstmöglich zum Ziel zu kommen. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch, oder die meisten haben ja ein Smartphone. Also da denke ich mal, das wird nicht das Problem sein. Dann braucht ihr ein Fahrrad. Ihr braucht knallige Kleidung, auch leicht zu besorgen. Und was ihr braucht, ist Talent. Denn ihr braucht ein verdammt gutes Auge. Das zeige ich euch auch gleich. Man muss schon dafür geboren sein, um so ein Auge wie Matthei zu haben. Denn, ja, dann gibt es noch ein weiteres Accessoire, was ihr gebrauchen könntet. Das wäre ein Zollstock. Und warum das, zeige ich euch hier. Die jahrelange Erfahrung schärft den Blick fürs Detail. Eine mit sieben Metern ausgewiesene Ladezone kommt dem Kundschafter verdächtig zugepackt vor. Da nimmt er lieber noch einmal Maß. Das sind sechs. Ja. Also die sieben Meter gehen in dem Fall bis in etwa hier her. Ja, und die sieben Meter beginnen halt, wo das Schild steht. Das habe ich jetzt vermessen. Und da steht halt drin. Genau. Also hier, man sieht, sieben Meter, vom Schild an. Wenn der Autofahrer dann den Zollstock dabei haben, muss er nicht. Da muss er es nur gut schätzen können. Hier in dem Fall hat er sich verschätzt. Ja, genau. Und was kostet das Verschätzen? Das kostet dem jetzt 25 Euro. Ja, also man sieht jetzt hier, das ist gepflastert. Er steht im Pflaster. Man kann gar nicht genau abschätzen, wo hier Beginn oder nicht Beginn der sieben Meter ist. Man sagt aber sieben Meter Parkzone mit der, ich glaube mit der Schnauze oder mit dem Rücken des Autos steht da so, ich würde sagen Meter da drin. Also da steht circa einen Meter im absoluten Haltverbot. Genau. Im Hinterteil. Das ist circa ein Meter. Ist das nicht ein bisschen kleinlich jetzt? Ja. Aber Gesetz ist halt Gesetz. Gesetz ist Gesetz. Da sagt er was Wahres. Das muss ich, kann ich ja da ehrlicherweise nur unterstreichen. Gesetz ist Gesetz. Deswegen braucht auch die hobbymäßige Pätze eben einen Zollstock. Sieht man hier. Gesetz ist Gesetz. Und da schauen wir mal weiter. Er kennt sich also verdammt gut aus. Also auch was das absolute Halteverbot betrifft. Und kennt auch die Regeln des absoluten Halteverbots. Aber sowas von exakt, da muss ich ja schon fast meinen Hut, der nicht vorhanden ist, vor ihm ziehen. Denn tatsächlich ist so beim absoluten Halteverbot, da gibt in der Straßenverkehrsordnung, da gibt es sozusagen keine weitere Regel, wo drin steht, ja wenn eine Verbotszone für sieben Meter gibt, dann kann man Meter da reinragen. Ne, es ist tatsächlich so, auch wenn man reinragt, ist das schon ein Verstoß. Und da wollen wir mal näher reinschauen, hier an der Stelle. Gucken wir mal uns das ganz genau an. Also gucken wir hier. Steine sind, das spielt keine Rolle. Also man sah ja so aus gerade, als wenn das, das ist ja abgeflastert, ja. Und es sah so aus, als wenn das ein abgekernster Parkplatz wäre. Das Schild geht. Und er sagt aber, auch wenn der Parkplatz so abgeflastert ist, ist egal. Das Schild gilt, die sieben Meter, auch wenn der Autofahrer dachte, ich stehe ja mittendrin. Und das Schild sagt, das absolute Haltverbot geht nicht bis dahin, sondern bis dahin. Und somit steht da einen Meter im absoluten Haltverbot. Ja, also ihr seht es hier links unten noch in der Ecke. Das sieht ja so aus, als wenn das ein abgegrenzter Parkplatz wäre. Also dachte der Autofahrer sich ja klar, passt doch ganz genau. Und jetzt ist es ja, vielleicht werdet ihr denken, ist das ja unglaublich unfair, diesem Autofahrer was aufzubrummen, weil die Pflasterung ja eine andere ist. Fakt ist allerdings, ja, auch das spielt hier einfach keine Rolle, dass das hier so abgegrenzt ist. Jetzt mal gucken, ja genau, hier sieht man es noch besser, hätte ich ein bisschen rausgepickt, ja. Das spielt keine Rolle. Es gibt also keine Norm in der Straßenverkehrsordnung, und das weiß der Anzeigenhauptmeister ganz offenbar, wo man sagt, dass Parkplätze irgendwie durch Pflastersteine gekennzeichnet werden können. Das Einzige, was gilt, ist hier 41 Straßenverkehrsordnung, Absatz 1, wer am Verkehrsteil nimmt, hat die durch Vorschriftszeichen nach Anlage 2 angeordneten G oder Verbote zu befolgen. Und das Vorschriftszeichen ist eben hier 7 Meter absolutes Halteverbot, und dann darf man da nicht mal 1 Meter reinragen, selbst wenn jetzt hier beispielsweise der noch abgetrennt ist. Es kann ja sein, dass es ja vorher geflastert worden ist, bevor das Schild aufgestellt worden ist, und dann kam das Schild halt nachträglich hin. Es gilt das Schild. Also so kann man auch beim Anzeigenhauptmeister sogar noch was lernen. Beachtlich, was er alles weiß über die Straßenverkehrsordnung und unser Ordnungswidrigkeitenrecht im Straßenverkehr, das kann man hier wirklich nicht anders sagen. Und beachtlich, muss ich auch sagen, seine Bilanz, die hier zusammengestellt worden ist, denn er hat ordentlich abkassiert, beziehungsweise, naja, ob er abkassiert hat, was da für ihn übrig bleibt, gucken wir uns mal an. Aber ein bisschen was bleibt in manchen Stellen auch für ihn übrig, gucken wir mal rein. Ich war letztes Jahr in 84 Städten und Gemeinden in Deutschland, und ich habe insgesamt für alle Städte und Gemeinden, wo ich war, 140.995 Euro erwirtschaftet. Ja, und das hat eine Menge Geld. Mit 4.247 Anzeigen. Nur im letzten Jahr? Ja, nur im letzten Jahr. Davor, die Anzeigen kommen wir auch noch dazu. Das sind ja irgendwie, was ist das hier, 10, 15 Anzeigen pro Tag fast. Für letztes Jahr, also für 2022, habe ich noch keine Statistik erstellt. Mit der Statistik, das mache ich erst seit 2023. Also er stellt sogar Statistiken, 145.000 eingetrieben, aber er wird natürlich nicht reich. Also das muss man sagen, die Bußgelder, die stehen jetzt nicht sofort ihm zu, sondern den Gemeinden, das ist klar. Aber der Adlerauge, der hat noch eine andere Möglichkeit gefunden, um hier doch noch was für sich vielleicht zu verdienen, nämlich diese hier. Mach dich ab, du Vogel! Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Mach dich, mach dich! Irgendwie, hau ab, du Vogel! Zack, gibt Anzeige wegen Beleidigung. Und wie kann er daraus Geld machen? Naja, ganz klar, er könnte zivilrechtlich Schadenersatz verlangen. Das steht drin, oder kann man herleiten, aus dem Paragrafen 823 Bürgerliches Gesetzbuch. Wer vorsätzlich oder fahrlässig leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, das Eigentum oder sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Und welches Recht könnte hier verletzt worden sein? Es könnte die persönliche Ehre verletzt worden sein. Das hat das Verfassungsgericht mal hergeleitet, dass man aus 823 mit dem Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1 eventuell Schadenersatz bekommt. Und aber, das hat dann der Bundesgerichtshof wieder eingedämpft, nur wenn wir einen schwerwiegenden, länger andauernden Verstoß haben. Hier sagt jemand, hau ab, du Vogel! Ja, da kriegt man keinen Schadenersatz für. Das ist nur von kurzer Dauer und auch relativ unerheblich, sodass unser Hobby-Ordnungshüter hier für keinen Schadenersatz bekommt. Aber er hat gesagt, ja, er ist in der Vergangenheit schon mal Schadenersatz bekommen. Das heißt, er ist auch schon heftiger beleidigt worden, sodass man eine kleine Einnahmequelle dann doch hat. Und eine letzte Szene, die habe ich noch für euch. Da war unser sonst so akkurater Hauptmeister etwas unachtsam. Und da gucken wir noch gemeinsam rein und bewerten die auch noch eben hier rechtlich, was ihm da für ein Lapsus passiert ist. Dann ein Unfall. Das Dienstfahrrad ist umgefallen. Das ist aber nicht weiter passiert. Doch, ein Kratzer. Den Unfallort darf man nicht verlassen. Das wäre Fahrerflucht. Also ruft er die Polizei. Dieses Mal in eigener Sache. Hallo. Immerhin, das muss ich mir lassen. Der Anzeigenhauptmeister, der ist konsequent. Also das muss man ihm wirklich lassen. Schauen wir mal, musste er denn hier überhaupt die Polizei rufen? Hätte man nicht einfach einen Zettel da dran kleben können und sagen können, ja, ich bin jetzt weg, aber wir einigen uns so. Also zu demjenigen, an dem das Auto gehörte. Und gibt es überhaupt sowas wie Fahrerflucht für Fahrradfahrer? Ist das nicht nur für Pkw-Fahrer? Gucken wir mal rein. Also unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ist eine Straftat. Und zwar für jeden Unfallbeteiligten. Ein Unfallbeteiligter, der sich nach einem Unfall im Straßenverkehr vom Unfallort entfernt, bevor er zugunsten der anderen Unfallbeteiligten, Geschädigten die Feststellung seiner Personalie und seines Fahrzeugsangabe Beteiligten zur Anwesenheit am Unfallbeteiligten ermöglicht hat oder in einer angemessenen Zeit gewartet hat. Freitstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Also recht hoch wird er bestraft. Und jetzt kann man ja sagen, na gut, hätte ein Zettel vielleicht ausgereicht. Nee, da sagen die Gelehrten, das reicht nicht. Der könnte ja weggewählt werden. Aber drei Jahre ist ein bisschen heavy. Jetzt wird ja überlegt von unseren Politikern, ob man das nicht eventuell lockern könnte, weil man sagt, da ist ein bisschen zu viel bis zu so viel drei Jahre ins Knast wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Aber nicht so bei unserem Anzeigenhauptmeister. Der zeigt sich auch selbst an. Der zeigt sich auch selbst an. Das muss ich sagen, ist konsequent, liebe Leute. Also der bleibt sich selbst treu. Es gibt verschiedenste Gerichtsurteile, die gesagt haben, ein Zettel hätte hier nicht ausgereicht. Das war es mit Niklas und dem Anzeigenhauptmeister Schräges Hobby, was er da hat. Da wird er den ein oder anderen Autofahrer sicherlich auf die Palme gebracht haben. Aber was haltet ihr davon? Ist das ein Hobby? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist das nicht ein bisschen kleinlich, hier seine Mitbürger anzuzeigen und die Oberpetze zu werden? Die Oberpetze der Nation, auch wenn es rechtlich in Ordnung ist, Datenschutzrecht haben wir irgendwie kein Problem mit. Und auch ansonsten verhält er sich recht korrekt. Ja, also da muss man sagen, was meint ihr zu seiner Mission? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ihr gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da lasst. Und an alle, die es schon gemacht haben und uns zur Million geholfen haben, herzlichen Dank. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Lasst euch nicht erwischen vom Anzeigenhauptmeister. Packt immer korrekt. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.